und dann möchte ich unten in den social district joinen irgendwie wichtig ist das habe ich angerissen wir jetzt kommt noch der editor sag ich mal der verdammt cool ist und dann dann können wir wer ist das eigentlich schon für dieses eingespielt und vorgestellt wie gesagt der charakter ist eigentlich bloß falls ein kumpel auf dem server spielt und nicht auf dem anderen ansonsten wird der charakter von stillgelegt wieder und daher könnt ihr auch gerne zu erzählen so hier oben bei diesen automaten das ist die grüne automaten hier das ist der kaufautomat da kann man sachen versteigern und ersteigern das ist für klamotten ändern das hier ist für den designer an sich da kann man logos und sowas erstellen die man dann noch die klamotten packen kann die kann man aber auch aus den anderen automaten machen das müsste aber noch mal klamotten ja die automaten alles klamotten und hier unten gibt es noch was da kann man seinen körper verändern hier so schön als chirurgie und so kosten aber was im vergleich zum ersten zum anfang und autos autos kann man auch bemalen fangen wir mal damit vielleicht an das ist hier drin und in diese großen dome so an diese roten pulten und glöd 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 so jetzt kann ich dieses auto ich kann auf add new gehen auch bei den anderen dann wenn ich neues haben will das sehe ich die freigeschalteten die mit joker tickets das sind so schon vor designte die kann ich glaube gar nicht dann die um die sein hier der zum beispiel bei den anderen sieht man es halt nicht der hier ist weil ich freigeschaltet habe ich kann für 5000 dollar einfach nur kaufen die haben meist noch irgendwelche irgendwelche ja hier so ein design oder sowas ihr müsst aufpassen wenn hier steht expires in seven days und wird sollte ich würde dann solltet ihr euch das vielleicht nicht holen sieben tage hält aus ihr wollt dass die nächsten tage ultraintensiv spielen und das reicht euch dafür kosten die aber halt hier der kostet nur 1500 joker kreis wurde er hat 10.000 kostet der dauerhafte naja add new kann ich eh nicht machen deswegen back to vehicles so und dann könnt ihr unten anklicken und auf customize gehen habe ich zum beispiel neue neues genau da neue reifen so farbe full body white ich will wirklich alles aber war das bumper macht keinen sinn weil du weise bleiben immer noch sachen schwarz ach ne hier genau 20 von 7 also wenn ein premium nehmen könnt ihr mehr drauf pappen dann könnte auch so was machen ich mache immer alles runter klack 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 so das ist auch komplett weiß so und hier kann ich noch mal so da kann ich noch durch wechseln genau hier aber dass da safe nein ich wollte weiter kustomisieren so wenn ich jetzt hier kann ich jetzt auf designer gehen und ein neues symbol anfangen so was habe ich denn hier schon so ja dann wenn man denn die was so ist das macht dann ein weiteres muss ihn dann passiert das sieht aus das sieht aus So, habe ich schon den Text. Jetzt kann ich das Ganze mal so. Du kannst alles noch hier. Duplikation ist online. So. So, jetzt ist es lustig. Ich bin schließlich ruhig. So, ich bin schließlich ruhig. Ich bin schließlich ruhig. Ne? Ich bin schließlich ruhig. Gut. Bitte. das funktioniert nicht blöd 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 so ja so 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 sieht doch gar nicht so schlecht aus ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt eigentlich wollte ich noch outline hin machen ja ich könnte es theoretisch hier noch klicken da komme ich darüber aber ich könnte theoretisch noch dass ich auf rot stelle hier so was drauf machen also dieses ist ganz cool also anstellen kann quatsch scratches gradient vertical und blau machen gradient horizontal da habe ich dann sowas also generell ist cool okay graffiti oder spikes camouflage kann ich auch drauf machen oder in wird maß dann schneide ich aus alles was drunter ist oder ausgeschnitten nur effekt euch noch die weg von daher habe 25 layers so das ist nämlich jetzt mal zum zeigen für den ganzen quatsch so und jetzt kann ich hier auf intel in new diesel layer das ist man so diese layer symbol sie gibt auch presets ich halte man auch noch mal mehr frei symbole so und da gibt es jetzt hier auch die ganz normalen werkzeug wir gerade eben hatten jetzt größer machen zum beispiel so dann kann ich das hier noch übertragen auf die andere seite das natürlich jetzt verkehrt rum dann muss ich noch einmal moment spiegeln und dann kann es wieder leben dann habe ich es ganz zu beiden seiten lesen genau so das ist so ein beispiel jetzt ich kann jetzt auf die motorhaube muss ich mal so machen problem ist es immer dass man immer projiziert auf die von der kamera aus gesetzt zum beispiel kann ich ja noch so eins drauf machen apply so muss ich das nehmen und hier runter ziehen so wenn ich auf safe klicke dann habe ich den ganzen spaß gespeichert beim nächsten autos bonn sieht so aus das gleiche kann man jetzt auch mit den klamotten machen das zeige ich euch jetzt wenn es geladen hat die ich wegen klamotten klamotten blue faces ist das auto der blau machen müssen wegen blue face und so blauen grün meine farben blau 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 blüte ich habe sogar noch jeans ziehe ich doch direkt mal an auf jeden fall besser als diese blöden dinge und ringer t-shirt man kann die übrigens übereinander anziehen also ich sehe gerade die boy shorts und so nur wenn es auf den gleichen slot geht dann geht es nicht so unter add new item was ich schon habe flat buckle belts oder hier kann ich sowas was meine komplette haare wechseln macht sie denn ich weiß nicht dass ich finde ich bitte dumm longsleeves simple belt skinny jeans die für meine charakter ist eigentlich ganz cool t-shirt brau dass man bringt sneakers die habe ich schon also hätte immer schon was noch mal habt oder was ihr gerade an habt oder gesagt skinny jeans 450 kurs die ist mir gar nicht aufgefallen dass die so teuer ist wir nehmen die skinny jeans haben ja irgendwie 2000 vorhin gemacht nehmen das longsleeved shirt auch noch mit schlitzkrieg nicht gekauft ich wollte doch kommen jetzt geht's kastomisieren kann ich zwar als basisfarbe jetzt hier auch so schönes blau nehmen was mein gesicht passt und die stitch ist ein rot nice metallen grau tab so und dann gibt es hier drüben auch wieder das wo man das man sachen draufpappen kann hier muss einiges beachten ich hier draufklicke und dann symbol und das apply mache die das hier oben aufgelöstet hat weil sich hier ist der obere kurve ausgewählt die müssen hier mal so auf den das rechte bein gehen und dann drehen wir das noch eine runde dann könnte das sozusagen so benutzen kann ich wieder ein bisschen länger ziehen so funktioniert das ganze system so safe und das gleiche kann ich halt auch bei dem langsleeved shirt machen customise grün schön beißende farben bäm so und die hams weiß schwarz noch mal rot noch mal rot noch mal rot so hier ist es genau das gleiche wie gerade eben schon kann ich auch nicht mehr so ein preset apply so genau da zum beispiel kann ich es ist ein relativ guter start da kann ich es einfach hin machen hier kann ich ja wieder aussehen wo es hin soll das hier bedeutet ich kann es soll es wird im ganzen körper gestreckt was natürlich scheiße aussieht in dem fall deswegen hier ist einfach mal so das kann es hier immer noch aus der die wo ich gerade drauf gucke machen so und hinten machen wir noch mein logo drauf symbol apply das kann man auch hier wieder drehen ganz normal nach oben und groß so safe siehst du es war richtig scheiße aus aber darum geht es jetzt mal nicht so habe ich noch 1600 hier oben übrig bin immer noch an 9 dann und verabschiedern